so hallo gute abend liebe youtube fans heute ein nachtflug genau mit dem level hexadron hätte eine coole beleuchtung und jetzt werden wir mal ein bisschen fliegen so 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 Das war's. 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 Ich habe Spaß gemacht. Ich bin jetzt ca. Zwerghus 20 Minuten geflogen. Tschüss dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.